Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich konnte mich jetzt gerade erfolgreich dafür drücken mitzusaugen und habe in der Zeit die 2 Minuten genutzt um TNT zu craften. Jetzt haben wir 10 Stück, das sollte reichen. Ich bin mal gespannt wie viele Steine wir jetzt da rauskriegen. Und bin noch viel mehr gespannt, ob wir dadurch dann die Heatmap so weit nach oben treiben. Was da eventuell ein paar... Oh, das sieht aber pervers aus. Was ich hier gebaut habe. Ich werde dann eventuell ein paar... Spiders kriegen. Da komme ich so nicht dran. Ich habe einen Sprengmeistersitz gebaut. Und Feuer frei. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da ist aber viel Erde drin. Steine habe ich nicht dabei. Dann schauen wir mal, wie viel das gegeben hat. Oh, 17 Stück ist doch gar nicht mal so verkehrt. Den Rest werde ich jetzt manuell weghacken. Ich versuche nochmal was. Gehen wir hier oben rein rein. Erde. Oh, Erde ist natürlich super. Und da ist Stein. Okay. Vielleicht kann ich da noch einen hinsetzen. Das klappt doch ganz gut. Wenn ich hier jetzt das wegnehme, dann sollte der ganze Rest von alleine fallen. Zack. Ja, wo bist du? Irgendwo hängt ja noch ein Stein fest. Egal, ich spreng weiter. Das klappt doch. Was, mit der Ecke sprengen wir die auch noch weg. Ja. Oh. Nee. Ach, die Erde ist nur außen rum. Okay. Komm. Wir haben ja noch ein bisschen was. Ein bisschen Angst, wenn ich hier... Ach, da lege ich einen rein. Ich habe Angst, wenn ich das manuell wegkloppe, dass mir dann die ganze Grütze auf den Kopf fällt. Oh, ja. Ha, 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 super. Das war ordentlich. Hier irgendwo hängt ja noch was rum. Ah, das war doch klasse. Genau so soll das aussehen. Ist hier noch mehr Erde oder ist das nur die Textur? Nur Textur, okay. Doch, nicht leckern klotzen. Nimm mal ein bisschen was hier. Wie haben wir denn jetzt? Ach, guck mal. Ordentlich, ordentlich. Stein, Stein, Stein. Hier grabe ich mich jetzt noch mal ein bisschen rein. Ich bin ein wenig erkältet. Verzeiht mir das. Okay. Nächsten setze ich hier dran. Ne, das ist zu tief. Also ich glaube, zwei Voxel ist so direkt im Sprengradius. Gut. Mach ich den manuell weg. Ja, den mach ich manuell weg. Okay, da bricht noch nichts zusammen. Da haben wir wieder Erde. Nö. Stein, der sich als Erde derand. Ah. Gut. Nichts vergessen hier. Und dann gehen wir nochmal von der Seite ran. Zwei Dynamite noch, können zur Not ja noch mehr machen, aber das reicht erstmal. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? So, einen noch. Wie super, wenn man jetzt Stein untergraben könnte. Gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, der geht bis runter. Ja, ne, das wird nicht hinhauen. Das ist auch alles Erde. Ups. Das war's mit der Schaufel. Und einen Dynamite haben wir noch. Setzen wir den dann hin. Klugerweise. Genau hier unten hin. Da rein. Ja, hat nicht so viel gebracht. Hauen wir das hier unten noch weg. Dann haben wir ordentlich Stein. Super. Müssen wir das nur klein machen und dann hoffentlich genug, um die erste Etage aus Flextone zu bauen. Und ein bisschen Zement muss ich auch noch machen. Ja, ich würde sagen, der Berg hat verloren, ne? Wie viele Stacks haben wir denn jetzt? Vier Stacks. Und ja, fast fünf Stacks. Stein. Super. Fangen wir schon mal an, weil das dauert alles ein bisschen. Gut. Wir haben da noch ein bisschen Zement. 24 und 24. Ja, das ist doch okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, passt. Genau. Super. Als hätte ich es geplant. Habe ich aber nicht. Und die Erde. Mein Gott. Massig. 1, 50 noch. 1, 50 noch. Gut. Ich packe mal ein bisschen was wieder rein. Das Nest denn schon gelootet? Jo, habe ich. Ja. Nicht so stürmisch. Das ist auch alles voll. Super. Materialien haben wir jetzt erstmal genug. Denke ich. Damit wir ordentlich Fleckstone basteln können. Wie der von der Halbbarkeit ist, weiß ich ja nicht. Das sieht auf jeden Fall besser aus, als der andere Rotz. Okay. Okay. Eine Schaufel könnte ich mir gleich nochmal basteln, oder? Das reicht erstmal so. Ach, ich liebe es, wenn es funktioniert. 30 Sekunden noch. Dann sehen wir jetzt hier am Produzieren sind und am Spreng waren. Sind wahrscheinlich gleich wieder Spiders hier. schon mal ein wenig in die Vorbereitung gehen. Zement mitnehmen, was geht. So, Fleckstone. So, Fleckstone. 5, boah, 35 nur. Na gut. Ja, da ist jetzt der Zement wieder. Der limitierende Faktor, nenne ich es mal so. Okay, jetzt überlege ich schon mal das Layout. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Zement mit. Okay, das wird direkt auch der Boden werden. Soll ich den mit Holz machen, oder? Nicht als bei das gehört. Soll ich den Boden mit Holz machen, oder mache ich den direkt mit Fleckstone? Die Türe, also der Ausgang wird hier sein. Ich glaube, ich mache es erstmal, mache den Boden mit Holz. Und den Rand, die Mauer, mache ich dann mit Fleckstone. Gut, 20. Ja, ich habe die ganzen Frames hier verbraten. Ach, da sind auch noch ein paar. Soll die zum Aufwerten auch erstmal reichen. Ups, falsch. Na, jetzt aufpassen. Schnell verbinden hier. Wenn es das nicht zusammenkracht. Okay, die Leiter kommt hier hoch. Das muss ich freilassen. Da wird schon wieder gesaugt. Habe ich den Sticks dabei? Ne, habe ich ihn nicht. Ich muss nämlich Leitern machen. Viele Leitern. Zwar noch ein paar Sticks da, aber das wird nicht reichen. Lass mir das hier nochmal eben offen, damit ich runtergehen kann und von unten die Leiter hochbauen kann. Aber den Rest mache ich jetzt schon mal wieder zu. Sieben, so. Kann ich hier unten den ganzen Kladderdatsch mal wieder wegnehmen? Oh. Sind ein paar Risse im Zement. Jetzt habe ich natürlich richtiger Weise das weggenommen, was ich nicht wegnehmen sollte. Passt. Super. So, die sind fertig. Oh, ich habe noch keine Leitern gebaut in dem Spiel. Ich brauche nachher aber noch sowieso ein paar mehr, wenn ich nach unten gehe. Deswegen machen die Sticks überhaupt nichts. Nummer 2 hinterher. 4, 5. Gut, alles klar. Erstmal eine Stufe upgraden, das reicht. Anfangen. Kurz. Mein Handy springt gerade rum. Da habe ich meine Stoppo drauf. Ich weiß, wie weit wir sind. Oh, ich bin schon mit dir so die Nagelpistole. Oh. Die macht einem das Leben wirklich einfacher. Okay. So, haben wir das. Super. War schon mal gut aus. Habe ich mir noch ein bisschen Zement. Könnte ich auch mal besser hier drüben hin machen. Ja, ordentlich, ordentlich, ordentlich. Super. Flagstone flammelt. Wollen wir mal 20 hinterher, wenn es reicht. Habe ich genau ein Stack und dann mache ich mir gleich noch die Flagstone Cabin wie Wedges für meine Schießscharten. Wie hoch mache ich das Ganze denn? 4, 5. Ja, ich glaube 4, 5 sind okay. Ah, so war das genau. Da kriege ich dann 6 Stück raus. Super. Machen wir mal 12. 12. 12. 12. 12. Und noch mehr Flagstone. Alles klar. Jetzt wird es gleich nur ein bisschen kompliziert, weil ich muss jetzt gleich mal gucken, wie ich denn hier richtig baue. Wie habe ich denn mein Eisen? Natürlich eine Iron Door. Ups. Sehr intelligent. So, hier komme ich hoch. Dann muss ich mich einmal drehen und hier wird dann die Tür sein. Okay. Ich markiere mir die Tür mal mit Woodframes. Die Säulen außen kann ich ja schon mal hinsetzen. Sie sollen die Pfeiler. Okay, links und rechts von der Tür wird das massiv. Hier ist dann frei. Schießscharte. Okay, okay, okay. Das sollte funktionieren. Freie Schießscharte kann ich den aber auch schon mal hinsetzen. Den ersten Rand kann ich schon mal komplett ziehen. Ich finde, der Flexon sieht einfach geil aus. Ich hoffe, dass wir den nie wieder verändern von Optik im Spiel. Auch wenn der sehr, sehr ressourcenintensiv ist. Lohnt er sich in meinen Augen. Sieht echt cool aus. So, da ist die Tür. gut. Können wir mal im Klein machen. Alles klar. Jetzt gucken wir mal, wie das mit den Wedges aussieht. Richtig. Jawohl, schön, das klappt. hier richtig. Ja, weil abreißen ist er leider nicht. Schöner links und rechts rausschießen. Vielleicht mache ich mir hier oben sogar Holzfenster rein. Gucken wir mal. Das gleiche nochmal auf dieser Seite. So, wie mache ich es hier? Das muss ich mal eben kurz die Woodfems nehmen. Wenn das ein schräger ist, frei. Hier ist noch ein schräger. Schräg, frei, schräg. könnte ich so machen. Das werden wir dann aber zu viele Fenster, glaube ich, hier. Da ist ja die Tür in der Mitte. Mache hier einfach normale Fenster hin. Oder ich lasse den in der Mitte frei. Mach den Rest einfach zu. Sind aber ein bisschen duster, oder? Wenn die beiden jetzt schräg sind, hier rausschießen kann. Schwierig, schwierig. Ne, die mache ich so zu. Was wird denn mein Haupt- Ein- und Ausgang werden? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann brauche ich in der Mitte ein normales Fenster und das genau so. Aber ich glaube, so machen wir es. Also ein normales Fenster und hier das übliche Prozedur. 2, 2, 3. Ach, verdammt. Ich verhau ihn hier. Von der da hin. Der da hat einen super. Fenster kommt da rein und so. Alles klar. Jetzt sieht man, jetzt geht es schon wieder. Ne, 24 ist ein bisschen viel. Nummer 18. Und danach kleine Steine und weiter Flexlawn produzieren. Gut, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Habe ich fast die Zeit vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann die erste Etage fertiggestellt haben. Und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Habe ich Angst. Also,